So, hallo und herzlich willkommen zurück zum wunderbaren Was ist? Und ja, hier könnt ihr mir natürlich wieder alle Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt, egal um was es geht, vielleicht werdet ihr inspiriert während der Folge. Schreibt sie in die Kommentare oder hier an Hashtag Fragaffe auf Twitter. Dort werde ich sofort eure Fragen bemerken bzw. sie kommen sofort an mich und wir nehmen sie das nächste Mal mit in die Folge rein. Diesmal sind wir hier unterwegs in dem Gameplay im Hintergrund. Ich habe mitgekriegt, dass einige das ganz gut fanden mit dem Gameplay. Hier mit dem Ingenieur, Klasse Mechaniker bei Plants vs. Zombies. Eine sehr angenehme Klasse, muss ich sagen. Gefällt mir in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gut. Aber jetzt genug von dem Geschwafel, wir gehen hier direkt zur ersten Frage. Ja, und zwar ist in der ersten Frage auch direkt der Beweis vorhanden, dass wir hier in Was ist? Einfach alles fragen können bzw. ihr mir alle oder jede Frage stellen könnt. Und zwar kommt hier von kory55iffy die Frage, warum hast du dich entschieden zur Vulkanfeste zu gehen? Diese Frage wurde unter einem Ryzen Video gestellt und dazu muss man dann halt für diejenigen erklären, die nicht so wirklich in Ryzen drin sind, dass es dort halt Fraktionen gibt. Einmal die Magier, dann gibt es dort die Vulkanfeste und auch die Diebesgilde sozusagen. Die Banditen, wenn man das so nennen möchte. Das ist ganz einfach zu beantworten und zwar war ich schon einmal, als ich das Spiel angespielt habe, auf der Seite der Banditen. Dieses Mal habe ich mir einfach gedacht, komm, was soll's, lernen wir den Stabkampf und gehen zur Vulkanfestung. So, und damit haben wir wieder mal ein Community-Herz befriedigt. Gut, gehen wir gleich hier zum nächsten und zwar zum Debitor 1, 2, 3, 4 und noch eine 5. Wiegender Du-Wolibär an sich? Fragezeichen. Okay, ich finde er braucht ein Rework, weil er im Early von vielen AD-Top-Lanern zerstört wird. Was sagst du dazu? Den ersten Teil deiner Frage verstehe ich nicht ganz, vielleicht hast du einfach nur mit dem Kopf über die Tastatur gerollt. Ich weiß es nicht so genau, aber Volibear ist an sich für mich sowieso nicht so gerne auf der Top-Lane gesehen. Ich bin da eher so der Volibear-Jungle-Fan, wenn man dann Volibear spielt. Und ich finde auch momentan immer noch, dass Volibear ein starker Jungler ist. Er profitiert momentan von vielen Items, die auch gar nicht mal so unbeliebt sind. Er skaliert ja ziemlich gut mit Attack-Speed. Das macht natürlich auch schon sein W aus, der Biss, den er dann halt hat und dem ihn natürlich auch noch Attack-Speed gibt nach drei Autotecks. Momentan kann man halt auf ihm zum Beispiel die Wriggles-Lantern bauen, dann vielleicht sogar auf Statics gehen, Frozen-Mallet hinterher. Das ist halt schon eine sehr, sehr schöne Kombo mit Attack-Speed-Slow. Er besitzt halt so schon einen Speed-Buff für sich selbst und einen Slow für Gegner, was ihn auch schon so in den Gangs stärker macht. Natürlich ist er trotzdem noch ziemlich leicht kitebar. Er hat keinen Gap-Closer, also wenn er gerade mal nicht Flash hat, dann ist er... Tja, wird es ein bisschen schwieriger ranzukommen, wenn die Gegner halt auch zum Kiten den Slow besitzen, aka Red-Buff oder vielleicht eine Ash mit so einem schönen Dauerslow, wie wir sie halt kennen. Auch natürlich die Spirit-Visage ist auf ihm momentan richtig schön, beziehungsweise denke ich auch, dass sie noch länger schön auf ihm sein wird. Einfach auch wegen der Passiven. Das arbeitet natürlich ziemlich gut zusammen. Cooldown-Reduction, Magie-Resi und erhöhte Heilung auf sich selbst, was natürlich seine Passive einfach immens verstärkt. Und natürlich ist es auch schön, dass man mit Wohllibär einfach durchgehend tankig gehen kann, denn der W, der Biss geht natürlich auch einfach, ja, auf das Leben. Also umso mehr Leben, Bonus-Leben du hast, umso mehr Schaden machst du. Also ich finde Wohllibär braucht eigentlich keinen Rework. Mir gefällt er momentan immer noch genau so, wie er ist. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Auf der Top-Lane bin ich da nicht wirklich so der Experte. Das kann ich nicht richtig beurteilen, aber ich sehe ihn auch wirklich lieber im Jungle. Entweder mit Ghost oder mit Flash. Je nach Belieben, wie der Jungle es möchte. Aber, ja, vielleicht solltest du einfach mal auf Jungle umsteigen. So, und damit kommen wir jetzt aber zu einer kürzeren Frage. Und zwar zu Kolkuts' Frage. Wie wäre es, Ike, wenn du Solo-Q von LOL hochlädst? Wäre nice. Wenn ich wieder anfange Solo-Q oder Duo-Q zu spielen, könnte ich mir auf jeden Fall mal vorstellen, das auch in Videoform beziehungsweise einfach mal auf YouTube hochzuladen. Das sollte kein Problem sein. Jetzt aber zu der letzten und zur etwas komplexeren Frage. Und zwar von Real Bogusa. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Okay, dann lasse ich mir jetzt mal eine Frage einfallen. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass die Champion- und Rollenverteilung so oft wechselt, wie die Unterhose eines hygienbewussten Menschen. So werden Champions ausgegraben, die sich schon länger nicht mehr sehr häufig auf den Richtfeldern blicken lassen. Nun also zu meinen Fragen. Tja, da sind sie, die Fragen. Erstens, bei welchen nicht so häufig gespielten Champions kannst du dir vorstellen, dass sie mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder entstaubt und verwendet werden? Zweitens, bei welchen Champions wünschst du dir ein Comeback? Gemeint sind all die Champions, die du vielleicht zu deiner Anfangszeit oft und gerne gespielt hast, die heute gar nicht mehr wirklich vertreten sind. Liebe Grüße, Loschek. Zur ersten Frage muss ich ehrlich sagen, das liegt in Ritos Hand. Keine Ahnung, ob die noch... Also, das ist natürlich auch immer so von Patch zu Patch unterschiedlich. Dort werde ich euch am Anschluss noch eine Seite zeigen, die das Ganze nochmal verdeutlicht. Von Patch zu Patch, wo ein Champion an sich verändert wird oder Items verändert werden, sind halt gleich wieder Champions am Start oder entstaubt, die vorher nicht so beliebt waren. Das geht von der einen auf die anderen Sekunde oder von dem einen auf den anderen Patch-Tag. Gut, und bei dem, welche Champions wünsche dir, wäre vielleicht Galio für mich so eine Sache. Also, Galio weiß ich auch nicht, so ein bisschen, ne, hinten dran. Genauso wie, oh Gott, der alte Urgott, der sollte auch mal wieder irgendwie was abkriegen, dass der vielleicht mal ein bisschen wieder zurück ins Game kommt, weil ich finde ihn an sich ein lustiger Charakter, aber... Ja, oh Gott, ne, die alte Krabbe. Auf Top-Lane in letzter Zeit vielleicht das ein oder andere Mal gesehen, aber so wirklich in der Meta drinstecken tut er nun doch nicht. Aber wir kommen jetzt hier nochmal zum... Ja, also ich habe da eine Frage so als, was ist Meta oder warum ändert sich das so häufig? Da habe ich mich jetzt nochmal ein bisschen mit befasst. Und jetzt zum Beispiel zeige ich euch hier mal ein Screenshot von jemandem von Padre Bionic im Rito-Forum, der sich die Mühe gemacht hat und alle Champions notiert hat, die halt gebannt wurden und wie oft sie gebannt wurden. Und bei sowas allein schon an den Bands kann man sehen, welche Champions halt momentan wirklich stark oder von den Pros halt als sehr stark eingeschätzt werden. Wir haben ja auffälligerweise mit 22 Bands Ari mit dabei. Corki hat auch 20 Stück bekommen. Genauso wie Shen hier 25 abgekriegt hat. Anscheinend sind die halt wirklich im 5 gegen 5, das muss man halt nochmal betonen, momentan wirklich sehr beliebt. Dann natürlich ist nicht zu vergessen die Champions, die auch gepickt wurden und wie oft sie halt auch gepickt wurden. Hier haben wir natürlich Ari wurde häufig gebannt. Genauso wurde sie auch häufig gepickt hier auf der Weltmeisterschaft. 15 Mal, Arthrox 16 Mal, Elise ist hier mit 22 am Start, Esreal mit 16, J4 mit 19 Picks, Lee immer noch mit 15 vollkommen verständlich und auch Renekton und Oriana sind hier mit 13 und 12 am Start. Daraus kann man sich auch wieder ein kleines Bild machen, was momentan beliebt ist an Junglern, Midlanern und allen anderen. Und nun zur unteren Hälfte der Auflistung, also die Auflistung war halt wirklich sehr, sehr lang. Zyra haben wir hier 29 Mal gepickt, Zona 26 Mal und Shen auch genauso häufig gebannt wie auch gepickt 16 Mal hier am Start. Und natürlich hat es auch auf die Meta einen riesigen Einfluss, welche Champions dann halt auch gewinnen. Denn momentan die Prozente von den Champions, die gewinnen hier Blitzcrank mit 100% dabei. Viele der ersten Champions hier alle mit 100% dabei. Und natürlich kommt dann auch Kogma, Leona, ETC mit 80% und es geht halt runter bis zu den 50 mit Annie, Diana, Cannon, Nasus. Aus diesen Werten lassen sich dann halt wirklich auch ab und zu mal Champions ablesen, welche wahrscheinlich in nächster Zeit rund um in League of Legends beliebter werden. So und jetzt kommen wir hier auch zum interessanten Teil. Die Seite, die ich vorhin angekündigt habe, metalol.net nennt sie sich. Und zwar können wir hier passend zu unserem Thema Meta, Meta, was ist Meta? Werden wir hier herausfinden, welcher Champion wann zu welchem Zeitpunkt wie gespielt wird. Also da haben wir wohl schon wirklich einige Daten, die uns hier zum Thema Meta weiterhelfen. Und zwar haben wir hier auch die Challenger-Item-Picks. Sehen wir ganz klar prozentuale Anzahl. Wie oft wird hier ein Item auf welchem Champion gebaut? Hier haben wir natürlich auch den Movement, welche in der Rangliste höher steigen, welche wieder runter sinken. Momentan ist Soraka natürlich ganz vorne mit dabei. Die nochmal überarbeitete Soraka mit ihrem AOE-Silence-Cage-Q-Skill-Shot. Also ist jetzt wirklich ein sehr schöner Champion geworden und auch sehr beliebt hier. Man sieht auch die allgemeine KDA, so der Durchschnitt. Wo sie gespielt wird, wird hier unten auch angezeigt. Auch mit welchen Summoner-Spells. Und wir haben hier unten auch noch Graphen, zu welchem Patch sich hier eine besondere Änderung abgespielt hat. Und zwar sehen wir jetzt hier ganz genau, bei 417 ist sie einfach abgeschossen. Sie ist hochgeflogen in die Lüfte, wie nichts Gutes. Und da haben wir aber auch ein negatives Beispiel. Und zwar ist es Talon. Es gab manche kluge Zungen, die behauptet haben, ach wat, der Silence, dat wird nicht so schlimm sein. Der war nur ganz kurz. Aber wir sehen hier an der Kurve, ab 417 geht Talon vom, wie häufig wird er gespielt, doch schon ein klein wenig runter. Also, tja, hat sich das mit dem Silence anscheinend doch nicht so wirklich gelohnt für ihn. Das Ding ist wirklich, dass jede kleine Änderung an Items oder an kleinen Spells, was Champions angeht, ein kleines Balancing von Rituals, kann da schon einiges bewegen. Auch Tristana zum Beispiel ist, hat sich ja in der Rangliste der ADCs wieder nach vorne geboxt, indem einfach Items auf ihr momentan einfach besser funktionieren, als auf anderen ADCs. Und dadurch ist sie jetzt momentan einfach sehr beliebt und auch wirklich sehr, sehr stark. Also, Meta ändert sich durchgehend bei jedem Patch, der ein klein wenig etwas bewirkt. Natürlich gibt es auch kleine Patches, die nicht so große Auswirkungen haben, aber es kann wirklich immer wieder irgendwas dazu führen, dass irgendein Champion beliebt ist oder wieder gespielt wird. Selbst wenn einfach nur ein High-Elo-Streamer, der mehrere tausend Zuschauer hat, einen bestimmten Champion häufig spielt, wird der auch gleich wieder mit reingebracht. Also es hat verschiedene Gründe, warum etwas in der Meta gespielt wird. Tja, das ist natürlich so die Sache dabei. So, Dankeschön fürs Zuhören, Leute. Es hat mir wieder riesig viel Spaß gemacht, dieses Video zu bearbeiten, eure Fragen zu beantworten. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder an Hashtag FragAffe auf Twitter. Würde mich wirklich riesig freuen. Es würde mich sehr freuen, wenn dieses ganze Projekt ein bisschen mehr angekurbelt würde und ein bisschen mehr Resonanz von euch kommt. dass wir, ja, dass ich einfach von Fragen ein bisschen bombardiert werde. Also es würde mich wirklich riesig freuen. Es macht mir nämlich sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ich irgendwas ausgelassen habe, irgendwie irgendwas, fragt es einfach in den Kommentaren. Fragen zu den Fragen aus dieser Folge werde ich wahrscheinlich auch sofort beantworten. Der Rest kommt dann in die nächste Folge. Ja, ich würde sagen, wenn euch dieses Format gefällt, Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream irgendwo. Haut da rein, wir sehen uns und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.